Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von The Witcher 1. Ich habe gerade eben ein kleines Video von Witcher 3 gesehen, was mir vorgeschlagen wurde. Und das hat schon wieder, ne, ich habe innerlich schon ein bisschen geweint, weil ich will unbedingt Witcher 3 spielen, aber ich muss erstmal Witcher 1 und 2 spielen. Bzw. Witcher 2 wird halt auch ziemlich cool, glaube ich. Aber, naja, Witcher 1, ne, ihr seht's ja selber, weil das so ist. Aber wie sehr, wie will ich, also ist jetzt nichts, dass es keinen Spaß macht, ne, und absolut schrecklich ist oder so. Aber, äh, doch, ich freue mich halt doch zu sehr auf Witcher 2 und 3. Witcher 1 hat halt echt so ein paar Eigenheiten, die es, äh, naja, nicht so angenehm immer machen. Aber ist okay. So, äh, off-topic, jetzt vorbei hoffentlich. Ja, wir sind hier in den Kloaken. Es heißt wirklich, so weiß ich nicht, immer Kanalisation oder so, sondern Kloaken. Ähm, für mich ist eigentlich ein Kloake, mein Verständnis ist eigentlich ein Klo. Kloake, aber eigentlich ist es ja auch dieses, ne, dieses, dieses, wie heißt es denn? Ach, egal, das Ablaufsystem und so. Naja, whatever. Hm, genau, wir sind hier bei Siegfried, wir haben hier dieses komische Viech, was wir besiegen sollen, besiegt, und wir können jetzt eigentlich wieder raus. Ich musste einmal W drücken und die Katze wurde getriggert. Ich bin Zentimeter vor der Katze liegen geblieben. Die Tür lebt aus den Sewers. Also, das ist, wo wir partieren. Aber, quiet, ich höre Füßstöcke. Odd, viele würden hier verventüren. Ich höre nur deine Fußtritte, Siegfried. Jetzt höre ich Leute. Meuchler. Äh, genau, mit der Fackelboxen, gute Idee. Hier halt. Gucken wir, ob Siegfried stirbt. Ich würde sagen, wenn, dann liegt es daran, weil ich erstmal zehn Minuten brauche, um meine Waffe zu zücken. Wie der andere Kollege nicht angreift. Finde ich, finde ich nett eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, den Lebensverlust habe ich noch vom Kampf vorher, oder? Ich meine, ich kann hier mal probieren, den starken Kampfstil. Vielleicht ist er gut. Jo. Die große Flucht. Ich muss die Kloaken verlassen. Warum bleibt manchmal immer die Lebensanzeige da? Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt, oder? Okay, ich konnte ihn nicht mehr looten. Und fehlt's. Ich habe einen Freund in Vizima, einen Detektiv. Sieh ihn für Hilfe. Wo sind Sie? Ich habe Dinge, die ich anzunehmen, in meinen Quarters. Dann gehe ich aus, in Beasts, als der Welt ist immer noch mit ihnen. Du hast gut, Siegfried. Ich bin froh, dass wir uns mit uns treffen. Ich muss mich aufhören, meine Dinge. Ich muss mich aufhören, dass du alles bekommst. Jethro ist bekannt, dass sie mit Sticky Fingern haben. Wir gehen von hier. Hier ist die Schlüssel für die Passage in die Stadt. Ein paar Tage vorhin, ich habe die Tür geschlossen, um die Cockatries in zu halten. Danke. Ich würde nicht zurückgehen, wie ich kam. Wir werden uns wiedersehen, wenn Sie die Seuers besuchen. Manchmal versuche ich hier in der Suche von Monstern. Ah, deine sacrede Mission, um die Menschen zu retten. Dein Sarcasm ist unnäßig. Wir sind auf der gleichen Seite, Wälder. Du wirst das einen Tag erfahren. Auf Wiedersehen und danke. Wenn du mich brauchen möchtest, werde ich meine Quarters in Vizima. Okay. Neuer Quest, Verdächtiger. Vincent Maze. Ich muss mit Vincent über das andere Mal sprechen. Große Loch. Nachdem ich aus der Klage raus bin, muss ich zu Jethro gehen. Zu Jethro Tull. Und meine... Ah, scheiße. Ich beschloss mich, an einen privaten Ermittler zu wenden. Alter. Wenn der, wenn ich gleich so einen schicken... So eine schicke Melone aufhat, einen Anzug an und... Mit Zigarre am Mund, dann bin ich sehr enttäuscht. Ah, Schwarzpulver. Wir brauchen sowas. Geld. Das brauche ich. Was ist das? Droge. Eine starke Droge. Äh, hä, hä. Erstmal mitnehmen. Keine Ahnung, was das bringt. Mal gucken, ob ich daran verrecke. Das wäre schon lustig. So. Da macht er mir sogar die Tür auf. What a gentleman. Na gut, der kommt auch mit. Achso. Ich muss trotzdem drücken. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie Vizima aussieht. Beziehungsweise auch jetzt auch nach Vizima direkt kommen. Wir müssen ja erstmal... Den Kopf abgeben, ja. Und uns... Unsere Freiheit eher... Kämpfen. Wahrscheinlich noch. Weil das Spiel ein bisschen kacke ist. Wenn er in dieses Gesicht im ersten Kapitel erstmal begrüßt war. 9.3 im Tagebuch. Orte. Tempelbezirk von Vizima. Okay. Rettung. Äh, was? Was? Ich glaube, ich soll das nicht anklicken können. Nicht auf diese Art und Weise. Naja, Gott. Rettung. Weiß nicht so genau. Illusionist. Auf Deutsch ist aber viel mehr Text. Und Tote treiben sich bei meinen Habseligkeiten rum. Wurde eben im Englischen nicht gesagt. Pff. 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 Ich kann lesen können, was auf dem Schild steht. Detektei. Keine Ahnung. Nein, Tag und Tag. Oh Gott, aus des Detektivs. Du bist nicht der Detektiv. Dann isst doch deinen Arm. Armer Mann. Stadtbewohnerin. Das ist etwas, das meinen Nachwuchs' Freundin letzte Mal verletzt. Niemand nimmt die Monster in dieser Stadt. Pff. Ah, Mario, Mann. Pech schwarz. Pitch black. Guter Film. Äh, huiuiui. Wir sehen mal zu groß für mich. Beziehungsweise zu viele Leute. Macht mir Angst. Grüß Gott, Herr. Grüß Gott. Wer bist du? Ein Schuss? Ein Schuss? Geh das Schuss aus deinen Schäden für nur zwei Orangen. Alter. Das gönne ich mir. Erstes Reise nach Phasima? Hm. Du kannst das sagen. Sag mir mal. Wir haben hier ein paar schweren Probleme. Es gibt eine Quarantin, wegen der Pläge. Schwirrele kämpfen die Ordnung. Monster bräuchten in Hunderten. Und wir kämpfen mit Banditen. Als ein Bad sang. Vazima ist wie ein Brothel auf Feuer. Oh, je, 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 je. Aber ich habe viele Gesprächsoptionen. Das war besser. Hier erzähl ich mich für beiden, die aber nicht gewöhnlichen. Erzähl mir mehr von dem Horden. Ja, ich kann nicht. Ich kann auch Arbeit für einen Hexer. Gibt es hier etwas sehenswertes? Ja, nicht wie ein Schuhputzer. Äh, äh. Tatsächlich interessiert mich das gerade am meisten. Ja, ich kann nicht sagen. Es bleibt unklar. Erzähl mir über die Plage. Die Plage hat den König um eine Quarantinierung gezwungen, die die Merchenden verletzt. Der alte Fizima wurde ausgelöst. Schau, die Stadt hier sind schlau. Sie haben sie nach Lebiodas Hospital geöffnet. Ich schaue für die Wälderwerke. Sie haben keine Probleme bei der Arbeit. Fragen Sie die Merchenden. Es gibt auch Probleme bei der Schrauben. Alles wertvolle sehen? Wir haben die Merchenden. Ein Alchemist. Ein großartiges Hospital. Sie sprechen nicht wie ein Schuss. Jeder schützt die Skeleten in der Klosigkeit. Lass mich an deine Klosigkeit stecken. Ich habe dich lange genug gebraucht. Meine Schuhe jetzt wenigstens sauber. Na gut, ein paar Sachen erfahren ist ja auch nicht so schlimm, ne? So, wie gesagt, ich würde ganz gerne erstmal die Map. Also ich würde erstmal mich ein bisschen umgucken, je nachdem, bevor ich tatsächlich zu dem Ding ins Kirchen gehe. Eww. Du bist weir. Du bist weir. Ich versuche für dich. Deine Textur kommt mir aber ganz schön bekannt vor, mein Freund. Gott. Also die Sprite-Verwertung hier ist halt echt krass, ne? Ich fühle mich ein bisschen in GTA 3 oder so zurück, erinnert. Ich brauche gerne mal dreimal die gleichen Leute nebeneinander gelaufen sind. Volt業... Tür. Oh, ist das eine schön. Ich lauf erstmal die Straße entlang. Walking down the street... Of... Ne, warte mal... I walk the lonely street... Oh nee, na fuck... Der Mann, der mit der Hautschädigung mit der Medizin anzieht. Boah, mein Wege. Ah. Suche Fegen am... Ja. Deine Mutter. Kalkstein, Meister der Alchemie. Okay, das heißt, Kalkstein ist hier vielleicht irgendwo noch. Das wäre natürlich geil, weil wir immer noch seine Quests bei ihm offen haben. Auch wenn ich bezweifle, dass wir die noch abgeben können. Aber man kann es doch mal probieren. Jovellier Schuttenbach. Jeder Ring ist einzigartig. Oh, da kann ich mir schon ein paar Ringe verkaufen. Habe hier sowieso ein paar von. Ich meine, ein paar als Geschenk behalten, aber so ein paar andere kann ich eigentlich mal abgeben, wa? Lieber Welt und Töchter, feine Kleidung. Schals, Handschuhe, Hochzeitskleider, umnähen von Hosen. Alter, kann ich da neue Rüstung oder so vielleicht auch besorgen? Das ist natürlich ganz cool. Schweinfleisch! Erstmal mitnehmen. Ich habe ganz schön viel Zeug verloren, wa? Ich habe gar nicht mehr so viel. Achso, das ist ja auch alles neu, ne? Seitdem ich rauskabe aus dem Gdast. Habe ich denn wenigstens meine anderen Sachen noch dabei? Nö. Ich nehme mir ein Schwert. Was ein Scam. Nur noch das hier. Kann ich mein anderes Schwert zurückbekommen? Einfach viel, die man für viel Geld verkaufen kann. Ja, das ist halt noch die Frage, ne? Was haben wir jetzt eigentlich für Quests hier? Möchten wir erstmal gucken, ja? Andere Questarten. Große Flucht. Nachdem ich aus der Kloakke raus bin, muss ich zu Death Row gehen, um meine Sachen zu holen. Ah, okay. Beschloss, mich an einen Privatermittler zu wenden. Genau. Quests aus Kapitel 1 ist nicht da. Nur Sekundärquests. Der Gull-Vertrag bei Kalkstein. Mann! Aber warte mal, die andere Quest ist weg. Das ist noch da. Das heißt, die kann ich tatsächlich noch einlösen. Das wäre natürlich cool. Ich muss Vincent den Beweis für das Töten der Gorgo geben. Mhm. Ich muss Talan nach dem Silberschwert fragen. Und das, was wir gerade hatten. Okidoki. Okidoki. Wo sitzt denn? Wo was? Wird schon irgendwo hat angezeigt? Das Helas Talag. Genau, da müssen wir hin. Vincent Posten, da müssen wir mal hin. Ich bin in den Schloss. Sharnys Haus. Ah, die Eide. Horsetektiv zu Freimund. Horsetektiv zu Freimund. Horsetektiv zu Freimund. Horsetektiv zu Freimund. Na gut. Das ist nichts. Ich kann sogar hier alt drücken. Seht ihr das? Ok. Das ist erstmal nicht so viel Versprechen. Zumindest für meine Sidequests. Aber das macht ja nichts. Ich laufe trotzdem erstmal lang. Vielleicht wird ja was getriggert oder so. Sobald ich irgendwie da bin. Ähm. Ja, da sollen wir über die Stadtwache reden. Mit wegen. Oh. Nighthunter klaims another victim. Tell me more about this Hunter. Everyone wants to stay at home and bolt their doors at night. A strange beast hunts humans and drowners creep from the river. Aha. Kennen wir ein bisschen was von. Von ertrunkenen. Na ja. Kräuterkundler. Warum sehen die alle aus wie Huren? Sag ich, du hast aber so tiefen Ausschnitt tragen. Ich bin ein ganz schöner. Das ist Arschloch. So, was haben wir denn? Oh Gott. Der Wolf-Vertrag. Der Echinops-Vertrag. Der Algool-Vertrag. Der Hundevertrag. Der ertrunkenen Tote vergab. Oh Gott. Jean-Pierre verkauft Wolfspelze. Man findet ihn beim Landungsteg an den Sümpfen. Er zahlt für 10 Pelze. Okay. Brief von Ritter Erik. Ach, das hat nur er. Die tapfere Person, die 3 soll reich belohnt werden. Fragt nach dem Gärtner, der bei Prophet Majora's Mask Krankenhaus. Bei Majora's Krankenhaus. Der im Biss ja gearbeitet. Ja, okay. B-b-b-b-b-b-b. Algool-Vertrag. Hier nur jeden, der mir das Mark von 3 Algoolen bringt. Frisch muss sein. Kalkstien. Der Eichem ist Tendelwitze. Tendelwitze. Okay, also ist der hier irgendwo, der Kollege? Tendelwitze. Ich bezahle gut für die Eliminierung streuender Hunde. Als Beweis für die Veränderung der Aufgabe sind 6 Töpfe Hundetiger zu liefern. Hier findet ihr nämlich auf dem Friedhof. Okay, dann weiß ich über welche Quest ich nicht machen werde. Was für... Hundetiger... The fuck. Oh Gott. Der Orden der Flammenrose belohnt tapfere Kämpfer, die ertrunkene Tote ausrotten. Als Beweis dafür, dass sie ungeheuer besiegt wurden, müssen 10 Zungen ertrunkener Tote dabei Ritter Siegfried von den Nesle am Quartier des Ordens abgeliefert werden. Einfach direkt zu erfüllen ist ertrunkener Todeneintrag und bisher auch unbevorderlich. Okay, die kämpfen ja quasi gegen die Scoia-Tel. Ich weiß immer mal zu Recht, ob ich die Scoia-Tel gut oder schlecht finden soll. Das war halt so ein bisschen wie die Peter, weißt du? Haben eigentlich ein guter Ansatz. Reise sind für Gleichberechnungen, aber die rasten halt komplett aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht ist auch irgendwas komplett anderes. Ich glaube, du dumm. Würde ich nicht ausschließen. Ich bin ja öfter mal dumm, ne? So, können wir alle wegwerfen hier. Vielleicht kann ich aber das hier auch wegwerfen von Erik, oder? Erik, ey. So, sehr schön. Wer ist denn hier? Stadtkerker. Stadtwache. Hier ist bestimmt für die Quest und so. So, einfach mal Alkohol finden. Manchmal brauchen wir das auch. Ich kann sicherlich mit denen reden. Dann kann ich nicht. Trent kills me. Man, man, du mir laden. Ich weiß, wir brauchen ein Wäscher zu töten, aber der Wäscher von Blavikin? Was ist der Problem? Ich weiß, wer du bist. Die Stadtwärter sind auf dich. Ich höre, dass keine Menschen sind in dieser Stadt verletzt. Du wärst gar nicht die erste zu wissen. Wer ist denn hier? Was willst du? Was willst du? Hm. Was interessiert? Schöpfe? Taverns? Es gibt eine Tavern, drei Garten, ein Markt, ein Hospital und ein Dark Alleyes. Du besser verletzt. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das Hospital? Es riecht von der Plague. Sie behandeln die Krankheit, die in ihren Ecken benutzen. Jeder, der eine sehr schlechte Zara-Git-Station da ist. Hm, hm, hm. Wo sind die Merchants? Die Bar der Kastelgut. Was ist die Tavern? Der hübschene Bär? Ein wahrer Zespit mit niedriger Kleintele. Besser, zu trinken von einem Trough. Ich muss gehen. Ich hatte gehofft, dass es dann wieder die andere Sprich-Sprich-Option kommt, weil... Eigentlich sollte ich ja... Okay. Aber jetzt kann er wieder reden. Das wollte ich testen. Lebt wohl. Affen Kopf. Du bist der Gleiche quasi. Okay, gut zu wissen. Hier sind halt Zwillinge wahrscheinlich. Oh Gott. Wo sind wir denn hier? Eigentlich sollte ich ja mit einer Stadtwache reden. Totengräber. Okay. Boah, leider bin ich jetzt echt... Jetzt schon wieder raus, ne? Wo ich eigentlich, ähm... Wo ich... Oder was genau die Stadtwache denn... Oder warum ich mit der Stadtwache reden sollte. Aber ja, auch egal. Ähm... Hier ist das Haus von Tala. Dann gehen wir doch da erstmal rein. Warum nicht? Und so, ob es geht. Ja. Weil der hat eine Quest für uns. So, da hilft uns ein bisschen weiter, nicht wahr? Ich will jetzt endlich meine Sachen zurückbekommen. Das regt mich halt auf, wa? Erstmal... Mahakama mit. Mit. Hm. Mit mitnehmen. Altes Regal. Oh. Ich sehe da zwar nichts drin, aber da ist wohl... Blablablabla weiß drin. Und da ist es okay. Ah, da ist er ja. Ich bin ein Fens. Ich kaufe und kaufe. Was du in die Handlust. Alles ist wertvoll. Also, was soll es sein? Wir machen ein paar Pläuern-Business? Die Wachen haben ein Hexer-Schwert bei euch gefunden. the city guards found a witcher's sword at your place. First of all, it's the cocksucking guards. Second, why do you care? Another witcher, Berengar, came to see you. Well, it wasn't his fucking razor. How do you know that? I have your boyfriend's other property. The sword I got elsewhere. Other property? Right. Meaning not his sword, got it? Like his undershorts that he pissed all over or something. Pfff. Hm. Oh, nein. Nein. Ich werde davon auswählen. Wir sehen uns später. Okay. Ich muss Hale über das Silberschwert ausquetschen und herausfinden, wie sie mal gelandet ist. In unserem Gasthaus. Sollte er in der Stadt und im Umland fragen, wie er allein besitzt von Barangas Sachen gelangte? So will it be? We doing some plowing business? Hm. A Witcher, Barangar disappears. And all he had lands in the hands of a fence. You. Getting this? A pox on pictures. Barangar's nothing to me. My suppliers might no more. Besides, I'd never survive in this business if I sold hot goods I actually had a hand in getting. Hm. Hm. Ich bin mal artig. Unverwürdig. Innocent until proven guilty, I guess. So let's assume it's not you for now. I'd say so. God damn Dijkstra, a spy. Dogs balls, what a clever analysis. If you figure anything out and need more information, creep on over and we'll talk. Okay. Ähm. Ich denke mal. Ich muss erst andere. Du hörst über Barangar von einem Mann namens Colman. Und ich glaube, der wäre nicht zum. Aber. Ich bin aufgestiegen. Hey. Ich will ja nochmal gucken. Wegen der Request. Oh Gott. Ich muss im Gasthaus zum bla. Ich bin so ein Beweis für Toten. Ja. Das müssen wir noch machen. Das ist mir egal. Ich will nur Primary Quests. Hier sind alles Sekundäre Quests. Leg mich doch mal an. Bla bla bla. Verdächtiger Vincent. Ich werde nur noch weiter arbeiten, wenn ich neue Beweise finde. Okay. Ähm. Ich muss zum Gasthaus gehen. Vincent. Rollvertrag. Bla vertrag. Bla vertrag. Bla vertrag. Okay. Dann habe ich das gerade nochmal richtig gemacht. Sehr gut. Äh. Jo. Dann können wir auch wieder raus. Und äh. Müssen mit mehr Leuten reden. Bzw. ich gehe immer mal nach unten. Gucken was hier noch so ist. Aber wahrscheinlich nichts spannendes. Außer. Ein bisschen Loot. Ein bisschen Geld. Oh. Äh. Sind wir da Regen mit Rubinen. Alter. Kann ich nicht kriegen. Weiß ich auch nicht. Für viel Geld verkaufen. Gott. Das wollte ich eigentlich sagen. Sage. Sage. Das wollte ich sagen. Das ich wollte sagen. Gott. Wer hier. Ich muss. Ich muss. Ich kann nicht mehr reden gerade. Ich muss mehr Leute befragen. Aber ich weiß nicht wo die alle sind. Ich will vor allem jetzt erstmal hier mit. Keine Ahnung. Vincent. Oder wem auch immer reden. damit ich meine scheiß Sachen zurückkomme. Alter. Zoltan. One and only. Oh. Mit dem muss ich auch mal reden. Moin. Witcher. Zoltan Chive. Good to see you. You go inside the town okay. Plenty of work for a Witcher and Vesima. It seems so. How did you manage to get in? Nasty non humans will always find a way to sneak into human homes. True enough. Listen Zoltan. I wanted to talk to you. Yes? 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 I'm looking for work. Monsters are threatening the landing in the swamp. Everyone keeps complaining. Who should I talk to about ridding them of the danger? Contact Louvarden. He's usually on the dyke. Supervising the loading and unloading of goods. Thanks Zoltan. Yes? Yes? How are you doing? Ever considered marriage Geralt? My profession's not exactly conducive to marriage. Infertility, incessant risk, travel. Not many women would agree to that. You see I'm having doubts. Go on. I haven't seen her for some time and I'm getting jealous. She dwarves are so desirable. I suggest we drink heavily, if that doesn't help. You mocking me? I wouldn't dare. Hardly something to laugh about. Got a minute? What's eating you? Uh. I want some philosophies involved. The meaning of life, eh? The evil that witchers fight stems from chaos. From actions aimed at disturbing order. For where evil spreads, order cannot be established. Instead of the light of wisdom, the glimmer of hope, and the glow of warmth, darkness ensues. And in darkness you find nothing but blood, fangs, and claws. Like in the outskirts. Nicely put. But as young Serro said to King Verdank on their first date, does it have any practical uses? The right of witchers to live and function in this world has fallen out of balance. Because the struggle between good and evil now plays out on a different battlefield with different rules. Evil has ceased being chaotic. No longer a blind elemental power, evil follows rules according to the rights it's been granted. It functions in line with treaties. That's progress. With more of us living longer, we can slaughter one another in the thousands. Progress is like a herd of pigs. The herd brings many benefits, but no one should wonder at all the shit. Shit or no shit, witchers exist to slay monsters. How can I when the real monsters hide behind ideals, faith, or the law? The biggest evil is moral relativity, which kills more than the Catriona plague and dragons combined. Witchers will always be needed, no matter where that pig herd leads us. As the old König Desmond said, as he went to use in his Nachthof, he looked at the rational consciousness. And he can never really find out. Yeah, he didn't say that. That's why he didn't say that. Thanks Sultan. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Let me first crash into another episode. And then just to use it or so. whilst we're going to get started. But that I'll actually do with time. I'll actually try to be able to see everything in Visima. erkunden. Also gut, ne? Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!